Musik Super schön, guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder beim Anime-Duell-Deck-Bau und nein, ihr seht nicht falsch, es geht jetzt wieder um Yugi, aber dieses Mal ist es der Yugi aus Battle City und nicht mehr aus dem Königreich der Duellanten und da hat er sehr, sehr, sehr viele Karten eingesetzt, also auch wirklich viele, mehr als 60 und ja, die werden wir uns jetzt mal ansehen. Wir haben aus ihm ein sehr schönes Deck gebaut, damals, und das war auch relativ gut, aber jetzt haben wir neue Möglichkeiten und wir schauen uns jetzt mal an, was der gute Yugi so als gespielt hat. Erstmal sind die obligatorischen Magnetkrieger dazu gekommen, die er sehr oft benutzt hat und auch die Ritter des Bubenkönig und Dame hat er sehr oft benutzt. Effekt-Monster hat er tatsächlich immer noch relativ wenige, er hat noch den Buster-Blader dazu bekommen, dann hat er seine ersten Fusionen gespielt, obwohl ich glaube die Fusionen, ne, die hatte er vorher nicht. Er hat das Dunkle Magier-Mädchen dazu bekommen, aber viele Effekt-Monster hat er nicht bekommen. Die elektromagnetische Schildkröte habe ich mich, glaube ich, dagegen entschieden, sie mit reinzunehmen, obwohl sie sehr gut ist, aber das werdet ihr am Ende noch sehen. Dann hat er sehr, sehr, sehr viele Zauber- und Feinkarten gespielt, darunter einige gute, wie Überläufer, Wiedergeburt, Topf der Gier, Spiegelkraft und magischer Zylinder und all solche Sachen. Also da kann man definitiv sehr coole Sachen draus machen. Einige davon sind allerdings auch relativ scheiße, aber wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Auswahl. Dann bei den Fusionen muss ich sagen, dass ich den Arcana Night Joker dazu gedichtet habe, aber das werde ich gleich noch weiter erläutern, aber ansonsten hat er auch noch ein paar schicke Fusionen und selbstverständlich die drei Götter-Monster, aber von den Götter-Monster hat er streng genommen Slifer eigentlich nur eingesetzt, weil Obelisk war erstmal im Besitz von Kaiba, ich weiß, später hat die Yugi ihn auch und Ra war im Besitz von Marek, aber während des Battle-City-Turniers hatte er eigentlich nur Slifer und deswegen werden diese beiden hier auch nicht im finalen Deckbild drin sein. Und bei den Anime-Karten haben wir noch einige, die er nicht für seine Strategie braucht, weil ihr seht, die Yugi hat so viele Karten, der kann sich seine eigene Strategie machen, der kann sich ein ganzes Duel-Monster-Syperium kaufen mit diesem Deck. Das ist definitiv möglich und jetzt werden wir mal schauen, was ich aus Yugi's Battle-City-Deck gezaubert habe. So, und hier seht ihr auch das finale Deck von Yami Yugi aus Battle-City und ja, ich werde dazu einiges erklären müssen. So, als erstes haben wir die drei Magnetkrieger. Ich wollte sie eigentlich nicht mit reintun, weil Valkyrian wird man nie beschwören können. Man muss dazu nämlich alle drei Magnetkrieger auf dem Feld haben und dann Valkyrian auf der Hand und dann alle drei erst gut anbieten und nicht so specialen. Es wird nicht passieren und selbst wenn ich jeden von ihnen dreimal reintue, wird es auch nicht passieren, weil sie einfach nicht so gut sind und Valkyrian als Boss-Monster ebenfalls nicht so gut ist. Aber ich wollte sie jeden einmal reintun, weil sie einfach zu Yugi dazugehören und sie sind ja auch nicht so scheiße. Also ich meine, 1-7-1-8-Dev und 1-7-Angriff ist okay. So, dann haben wir ja bei den Fusionen. Yugi spielt die Poli und er hat die Chimera, die magische Bestie, sehr oft gespielt. Und deswegen will ich sie auch spielen, deswegen spielen wir natürlich mit den dreimal Poli. Dreimal Gazelle, König der Bündischen Bestien und dreimal Berfumé. Berfumé ist ein Tribut-Monster, ich weiß, aber wenn er genau mit euch geflipsamt wird, kann man Gazelle vom Deck auf die Hand nehmen. So, und wenn die Chimera zerstört wird, kann man einen von den beiden wieder specialen. Das ist definitiv gut und den Gazelle hat er auch oft gespielt. So, soviel dazu. Dann haben wir bei der Poli, hatte er den Dark Paladin und den macht man aus dem Dunklen Magier und dem Buster-Klingenkämpfer, die beide jeweils einmal drin sind, weil wenn man noch mehr reintut, wäre es definitiv noch zu Bricky und den Dunklen Magier hat er sowieso nur einmal. So, die Fusion wird nicht allzu oft das Feld erblicken, aber sie ist definitiv nice to have, man kann sie ja definitiv reintun, es kann ja mal passieren. So, und da dachte ich mir, hm, die ganzen Fusionen, also die wird er nicht allzu oft rausbekommen und die nur ab und zu, aber nur wegen dieser Karte lohnt es sich nicht Poli zu spielen. Aber er hat die Ritterin der Königin, den Ritter des Buben und den Ritter des Königs wirklich sehr oft gespielt, aber, soweit ich weiß, ich hab nachgeguckt, hat er sie nie fusioniert. Und da dachte ich, hey, wenn er die schon mal hat, er hat die Poli, warum ihm dann nicht einfach den Geheimnis von Ritter Joker geben? Er hat dann 3-8 Angriff und er kann halt, wenn er, wie war das, wenn der Zauberfall oder Monster-Effekt aktiviert wird, kann man denselben Monster, denselben Typ Karte abwerfen, dann wird das annulliert. Nicht mal zerstört, es wird nur annulliert und ich denke, wer mal die Poli schon hat, er hat nämlich extrem viele Wicke-Monster, muss man sagen. Ich glaube, er hat 9 Monster, für die er was opfern muss. Dunkles Magier-Mädchen, muss man was für opfern, sie ist übrigens drin, weil dunkles Magier-Mädchen gehört zu Yugi. Dunkler Magier darf ich auch nicht einfach rausnehmen. Buster Blader, einmal, ist auch ein Yugi-Monster. Slifer, ergibt sich aus dem Kontext, ist ein Gott, gehört rein. Nein, Béformé 3x ist Stufe 5, ja, ärgerlich, aber brauche ich zum Fusionieren. Ich habe extra schon den Jax Knight, der ist nämlich auch Stufe 5, nur 2x reingetan, weil man ihn theoretisch mit dem Ritter des Königs specialen kann, wenn man schon eine Ritterin der Königin auf dem Feld hat. Das heißt, wenn man sie auf dem Feld hat, ihn normal, kann man ihn dazu specialen, dann kann man theoretisch, wenn man die Poli schon hat, die alle 3 fusionieren, aber es reicht ja auch, wenn man sie auf der Hand hat. So, ich weiß, Yugi hat sehr, sehr viele Bricky-Monster, aber ich musste sie wirklich alle spielen, weil sie einfach zu Yugi gehören. Ich würde am liebsten auf das Dunkle Magier-Mädchen oder Buster Blader verzichten, aber sie gehören einfach dazu, oder zum Beispiel Slifer. Und deswegen habe ich mich entschieden, beim Riesenschild-Gartner die Anime-Version zu nehmen und nicht den normalen, weil er braucht ein bisschen Defensive und im Anime hat er ihn auch einfach als Anime-Version, dass er ihn einfach hinsetzen konnte und dann eine Wall hatte und somit ein bisschen stallen konnte. Und ich denke, das können wir Yugi auch geben, genauso wie den Geheims von Ritter-Joker. So, als nächstes haben wir die Cyber-Dose. Entbrick, definitiv die Hand und kann das ganze Feld crushen. Fantastisch. Kuribu muss rein. So, bei den Zauberfallen-Karten musste ich mich sehr, sehr stark entscheiden. Erstmal natürlich Zuflucht der Unterweltler. Hatte einmal von Kuiper bekommen, ich würde sie aber auch nicht öfter reintun. Damit kann er einfach einen Token holen, um irgendwas zu tributieren. Er kann zum Beispiel Token holen und das opfern für das Dunkle-Magier-Mädchen, für im Notfall den Jacks Knight oder wenn er noch einen Monster hat für den Dunkle-Magier, für Slifer. Er hat genug Sachen, wo er einen Tribut verbraucht. Ich hätte sie theoretisch noch öfter reintun können, aber ich glaube, mehr wäre auch nicht gut gewesen. Außerdem hat er die Karte definitiv nur einmal, denn Kaiba hat sie ihm gegeben. So, Topf der Gier, zwei Karten, selbst erklärend. Kartenzerstörung ist ebenfalls sehr wichtig, um seine Hand zu entbricken, weil er sehr viele hochstufige Monster, wie gesagt, spielt. Deswegen ist Kartenzerstörung sehr, sehr gut. Elegante Wohltäterin, ebenfalls, um die Hand zu erneuern. Dann haben wir zweimal den Seelennehmer und das ist ein neutraler Removal. Einfach ein Monster vom Gegner zerstören, der Gegner kriegt 1000 Lebenspunkte, aber das ist egal. Neutrale Removal-Karten sind in diesem Format echt stark. Ich hätte sie gern dreimal gespielt, aber mir hat der Platz gefehlt. Ich weiß, man könnte theoretisch auf ein paar Monster verzichten, aber ich will halt die Fusion safe rausbekommen. Deswegen spiele ich halt die jeweils auch dreimal. Und ich denke, das ist auch vollkommen okay. Denn wenn die zerstört wird, hat man gleich wieder ein Monster, was man tributieren kann. So, als nächstes Wiedergeburt holt ein Monster zurück. Ebenfalls fantastisch. Gehirnkontrolle ist in diesem Format ja, wie gesagt, auf 1. Kann man theoretisch auch ein Monster klauen, was man ebenfalls als Tribut dann bieten kann. Ihr seht, die Zauberfeinden sind auch dafür da, um wieder die hochstufigen Monster von der Hand aufs Feld zu kriegen. Hier haben wir vorliegendes Begegnis. Ebenfalls wieder eine Art von Wiedergeburt. Spiegelkraft ist hier auf 1. Ist selbst erklärt, warum sie drin ist. Und magischer Zylinder habe ich mich entschieden, diesen Format auf 2 zu setzen. Aber ich glaube, öfter als zweimal hätte ich sie nicht reingetan, weil ich wollte, dass Yugi, abgesehen, ich glaube, er hat gar keine anderen Zauberfeindzerstörung, magische Störung wäre zwar gegangen, genauso wie die 7 Werkzeuge des Banditen, aber das geht erst, wenn sie aktiviert werden. Und wenn irgendwas Ekliges auf dem Feld liegt, wie zum Beispiel irgendeine Insektenbarriere von Weevil oder so, ist doof. Deswegen haben wir ein Staub-Tornado, um gewisse eklige Karten zu outen. Und ja, das ist Yugi's Deck für Battle City. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich habe da wirklich sehr, sehr lange dran gesessen und überlegt, was ich da reintun kann und was nicht. Aber ich denke, das sollte so eigentlich relativ solide sein. Ich weiß, sehr viele Brick-Karten, aber auch genug Möglichkeiten, diesen Brick zu entfernen. Und damit könnte er definitiv öfter mal gewinnen. Und ich glaube, es ist auch sehr abwechslungsreich, das Deck. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Duell-Deckbau. Bis dahin. Ciao.